Im Hirn haben wir eine kleine, wurmförmige Struktur, den Hippocampus. Und wie wichtig dieser Hippocampus ist, das erforscht Uwe Heinemann von der Charité Berlin. Guten Tag, Herr Heinemann. Tag. Warum denn der Hippocampus? Warum erforschen Sie den? Ja, ursprünglich, weil ich mich für Psychiatrie interessierte, für Psychosen. Und es gibt eine Form von Epilepsien, die ebenfalls mit Psychosen einhergeht. Das sind die sogenannten Temporallappen-Epilepsien. Und als ich eben anfing, mich für den Hippocampus zu interessieren, war der Hintergrund, dass man damals noch keine Möglichkeit hatte, die biologische Basis von Psychosen wirklich zu verstehen. Und deshalb habe ich mich erstens der Temporallappen-Epilepsie und zweitens dem Hippocampus zugewandt. Und rechtstemporal unbehandelte Epilepsie-Patienten entwickeln dabei häufig religiöse Gefühle. Linkstemporal Größenwahnsinnsvorstellungen, Cäsarismus. Aber insgesamt sind die Psychosen- und Wahnvorstellungen dort nicht so kalt wie bei manchen von den schizophrenen Patienten. Und dabei spielt der Hippocampus eine Rolle? Ja, dabei spielt der Hippocampus eine Rolle. Ob wirklich der Hippocampus allein oder ob die dazu- und vor- und nachgeschalteten Regionen, das ist nicht so klar. Zumal eben diese Psychosen selten geworden sind, weil die Patienten in Europa, in Amerika meistens gut ausbehandelt sind. Und dann tritt das weniger häufig auf. Auf Epilepsie können wir gleich nochmal zurückkommen. Jetzt können wir vielleicht erstmal allgemein über den Hippocampus sprechen. Was ist, welche Bedeutung hat er denn in unserem Gehirn? Er hat mehrere Bedeutungen. Also der Hippocampus ist ähnlich wie das Kleine und eine Struktur, die einen ähnlichen Schaltkreis hat, aber in unterschiedliche Funktionen eingebunden ist. Ganz wichtig ist der Hippocampus für die Stressadaptation. Er ist für sexualkognitive Aufgaben sehr wichtig. Er ist für die räumliche Orientierung sehr wichtig. Natürlich rechtstemporal ist der Hippocampus für Bildgedächtnis und räumliches Gedächtnis sehr wichtig. Links mehr für die Dinge, die wir für eine Prüfung lernen, Arbeitsgedächtnis, wo aber die Informationen auch nicht dauerhaft gespeichert sind. Das ist ja auch eine Sache, die Sie hier erforschen, welche Rolle der bei der Gedächtnisbildung hat, der Hippocampus. Können Sie das vielleicht nochmal kurz beschreiben? Also mein Hauptinteresse ist tatsächlich eigentlich die Epilepsie. Wir untersuchen in der Tat auch Funktionen nicht so sehr, wie Informationen im Hippocampus gespeichert werden, sondern mehr die Frage, wie gespeicherte Informationen aus dem Hippocampus für die Gedächtniskonsolidierung, also für die Dauerhaftigkeit von Gedächtnisspuren, wie also diese Informationen aus dem Hippocampus herausgespielt werden, um dann eben lauerhafte Gedächtnisspuren in anderen Strukturen des Gehirns zu erzeugen. Bei dieser Gedächtnisbildung, da spielt ja auch ein bestimmtes Messergebnis eine Rolle, diese Sharpwave-Ripple-Komplexe. Vielleicht können Sie mal die beschreiben, was das ist. Also Sharpwaves sind einfach 40 bis 50 Millisekunden positive oder negative Potenzialschwankungen, denen überlagert sind hochfrequente Oszillationen im Bereich von etwa 200 Hertz. Und man vermutet, dass während dieser Oszillation, dieser hochfrequenten Oszillationen, Gedächtnisinhalte wieder abgespielt werden und von dort also aus dem Hippocampus in andere Strukturen des Gehirns übertragen werden können. Und das passiert immer dann, wenn das Tier eine Belohnung bekommt oder wenn es im langsamen Wellenschlaf ist. Das ist eine Form von Schlaf, die charakteristisch auch für den Menschen ist und eine große Rolle für Gedächtniskonsolidierung spielt. Schlaf kann man grundsätzlich in zwei Stadien einteilen. Den Kernschlaf, der ist dominiert durch ein sogenanntes Tiefschlafstadium, in dem die EEG-Wellen, das sind die Potenziale, die man vom Gehirn ableiten kann, besonders niedrige Frequenzen haben. In diesem Schlaf nennt man dann langsamen Wellenschlaf. Das ist der Tiefschlaf und den geht man ein bis zwei Mal in der Nacht durch. Und der ist besonders wichtig für die Gedächtniskonsolidierung von Wissensinhalten, unter anderem. Also wenn man für eine Prüfung lernt, dann braucht man diesen Schlaf, um sein Gedächtnis zu konsolidieren. Sprich, diese Wellen, Sharpwave-Ripple-Komplexes, die messen Sie, die messen Sie, wenn vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überspielt wird? Vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Das ist die Vermutung in der Literatur, die wir eben versuchen zum Teil zu überprüfen und auch zum Teil zu belegen, dass da tatsächlich Wissenstransfer stattfindet, in Form von eben synaptischer Plastizität, also eine Veränderung in der Kopplung zwischen Nervenzellen. Und das sehen Sie auch? Das kann man zeigen, ja. Also sprich, Sie haben das nachweisen können, dass... Er ist noch nicht publiziert, aber was wir machen können, ist erstens, wir können zeigen, dass durch Protokolle, bei denen man Veränderungen der synaptischen Plastizität induziert, auch diese Sharpwave-Ripple-Komplexe induzieren kann. Das ist der eine Beleg. Und zweitens, diese Sharpwave-Ripples propagieren aus dem Hippocampus in den entorinalen Kortex und andere Strukturen. Und drittens, und das ist noch nicht publiziert, Sie können in diesen Strukturen dann Langzeitpotenzierung induzieren, was immer noch als das entscheidende Äquivalent von zellulärer Gedächtnisbildung gilt. Das kann man ja auch andersrum sehen bei Patienten, bei denen der Hippocampus geschädigt ist, nicht wahr? Dass das Gedächtnis beeinträchtigt ist. Ja, nicht, also das ist natürlich jetzt eine hochaktuelle Fragestellung, weil gerade die Alzheimer'sche Erkrankung in den Strukturen, die zum Hippocampus gehören, vor allem den entorinalen Kortex und Hippocampus selber beginnt. Das heißt, dort treten die ersten morphologischen Veränderungen auf, die den Leuten es auch schwierig machen, sich zum Beispiel räumlich zu orientieren oder sich an Dinge, die im Arbeitsgedächtnis kurz gespeichert waren, zu erinnern, wenn es eine spätere Zeit abgefragt wird. Also insofern macht das sehr viel Sinn. Und tatsächlich wird in dem Bereich jetzt ganz neu festgestellt, dass häufig diese Patienten eben an einer Form von Epilepsie leiden im Zusammenhang mit der Erkrankung, die zumindest die Verwirrtheitszustände bei Alzheimer-Patienten erklären können, und natürlich auch neue Perspektiven für die Behandlung von Alzheimer-Patienten eröffnen. Aber Sie forschen jetzt nicht an irgendwelchen Alzheimer-Systemen? Nein, also wir haben vor vielen Jahren mal im Zusammenhang mit einer Form von Temperallappenepilepsie in Verbindung herzustellen versucht, zur alzheimerschen Erkrankung, weil es da phänomenologisch sehr viele Ähnlichkeiten gab in Bezug auf die Morphologie der Zellen und so fort. Das ist aber damals nicht gefördert worden. Die Gutachter waren der Meinung, dass Alzheimer-Patienten keine Epilepsie haben. Das hat sich aber jetzt als falsch herausgestellt. Aber das mussten wir dann, ohne Geld gibt es keine Forschung, mussten wir dann aufgeben. Dann können Sie vielleicht mal, ich meine, kennt man jetzt nicht dieses Bild, also dieses Bild, was man im Kopf hat von Epilepsiekranken, die dann krampfen oder so. Das sieht man ja bei Alzheimer-Patienten nicht. Aber wieso sagen Sie dennoch, dass das eine Epilepsie ist? Nicht jede Epilepsie ist mit einem Krampf verbunden. Es gibt also auch sogenannte Absence-Epilepsien, wo die kleinen Kinder oder Kinder, Jugendliche, Schüler plötzlich abwesend sind. Sie verlieren den Gesichtsausdruck. Das nennt man Absence-Epilepsie. Da können auch die Augen ein bisschen zucken. Dann nennt man es Petimal, also kleiner Anfall. Es gibt verschiedene Formen von Epilepsien. Und man vermutet, dass eben die Alzheimer-Patienten, und man kann das zeigen bei Menschen und eben auch in den Tiermodellen der alzheimerschen Erkrankung, aber wie gesagt, das ist nicht meine eigene Forschung, sondern das sind Kollegen von mir, zum Teil frühere Mitarbeiter, die das machen. Da kann man eben zeigen, dass sie tatsächlich sowohl die Patienten wie eben auch die Tiere eben epilepsische Anfälle haben. Die man dann mit Epilepsie-Medikamenten auch behandelt? Wahrscheinlich behandeln kann und damit zumindest mal die Verwirrtheitszustände bei den Alzheimer-Patienten möglicherweise kontrollieren kann. Dann kommen wir mal zur Epilepsie allgemein. Beschreiben Sie doch erstmal, was da so das Krankheitsbild ist, bitte. Also Epilepsien sind nicht ein einheitliches Krankheitsbild, sondern da verstecken sich verschiedene Erkrankungen. Dahinter, man unterscheidet zwei Formen von Epilepsien. In der einen Form von Epilepsie wird häufig als Gewitter im Gehirn beschrieben. Während des Anfalls sind die Nervenzellen alle sehr stark aktiv und überaktiv. Und im anderen Fall, den sogenannten Absence-Epilepsien, da sind die Nervenzellen untereinander sehr stark synchronisiert. Das heißt, die spielen alle die gleiche Melodie und damit ist normale Informationsverarbeitung dann nicht mehr möglich. Und was passiert dann mit den Patienten? Die Patienten verändern ihr Verhalten. Im einen Fall verlieren sie also sozusagen ihr Bewusstsein. Im anderen Fall, dann hängt es davon ab, welche genaue Epilepsie das ist, entstehen Symptome, die abhängig sind von der Region, in der der Anfall entsteht. Also beim Hippocampus oder Temporallappen-Epilepsie sind es oft Angstzustände, die einen Anfallbeginn induzieren. Ein komisches Gefühl in der Magengrube, wie man es auch manchmal selber kennt von einem. Das ist aber noch keine Epilepsie. Aber das kennzeichnet eben diese Patienten. Manchmal sind es Sturzanfälle. Das ist ein Zeichen, das hier vom Frontalhirn ausgeht. Manchmal sind es Zuckungen im Arm, die sich dann ausbreiten. Das ist eine Form von Epilepsie, die früh beschrieben worden ist, die im motorischen Kortex entspringt. Das heißt, man kann aus dem Ablauf eines Anfalls oft auch voraussagen, welches die Struktur im Gehirn ist, von der der Anfall ausgeht. Und wie entsteht diese Krankheit? Also ein kleiner Teil ist vererbt. Manchmal sind das komplexe Erbgänge. Häufig sind Fiebererkrankungen, die das Gehirn mit betreffen, im Kindesalter, Ursache einer späteren Epilepsie, Hirnverletzungen sehr häufig, bis zu 40 Prozent. Bei Menschen mit einer offenen Hirnverletzung außerhalb Deutschlands, da ist etwas weniger. Tumoren, also Hirngeschwülzte, Entwicklungsstörungen im Gehirn, sind sicherlich mit die häufigste Ursache von Epilepsien. Und inzwischen kann man es ganz gut behandeln? Ja, leider nicht. Alle Formen von Epilepsien, von allen neurologischen Erkrankungen waren die Epilepsien in der Tat die ersten, die behandelbar waren. Aber etwa 30 Prozent aller Epilepsien und bei den fokalen Epilepsien bis zu 94 Prozent der Patienten sprechen nicht oder nicht mehr auf die vorhandenen Medikamente an. Leider hat sich daran auch nichts geändert in den letzten 20 Jahren, obwohl in dieser Zeit weit mehr als 20 neue Medikamente eingeführt worden sind. Also uns interessiert tatsächlich dann auch die Frage, wie kommt diese Pharmakoresistenz, also das Nicht-Ansprechen auf Medikamente zustande. Und da forschen Sie jetzt daran, wie man Resistenzen vermeidet und auch wie man neue Medikamente findet? Wir versuchen mehrere Dinge herauszufinden. Erstens, welche sind die Mechanismen, die nach einer Hirnläsion erklären können, dass manche Patienten Epilepsie bekommen, andere nicht. Also welche Mechanismen schützen das Gehirn von der Epilepsie? Das ist so, dass nicht jeder Mensch eben nach einer Schussverletzung im Gehirn, auch wenn es die gleiche Struktur ist, dann später eine Epilepsie bekommt. Und was glauben Sie, woran das liegt? Wir wissen es nicht. Wir versuchen das rauszukriegen. Es könnten also wieder Erbgründe sein. Manche Leute haben eine größere Disposition, eine Epilepsie zu entwickeln als andere. Es könnten Veränderungen sein in der Dauer der Blut-Hirn-Schranken-Störung. Das ist etwas, was wir sehr aktiv forschen. Das heißt, man erkennt jetzt eben, dass eine Reihe von neurologischen Erkrankungen, die fast alle dann auch zu Epilepsien führen, mindestens initial eine längere Störung der Blut-Hirn-Schranken-Funktion haben. Können Sie das mal kurz beschreiben, was eine Blut-Hirn-Schranke ist und was dann die Störung ist? Okay, das Gehirn ist also getrennt vom Blut, anders als die meisten anderen Organe, die direkt vom Blut, wo jede Zelle sozusagen fast vom Blut umspült ist. Das ist auch im Gehirn so, aber zwischen dem Blutgefäß und dem eigentlichen Hirngewebe gibt es eine Schranke, das ist die Blut-Hirn-Schranke. Und die lässt viele Substanzen nicht ins Gehirn. Das ist gut, weil eine Reihe von Medikamenten würden zum Beispiel epileptische Anfälle auslösen. Beispiel Penicillin. Kommt nicht ins Gehirn, wenn die Blut-Hirn-Schranke intakt ist. Aber es gibt viele Menschen, die ganz früh während der Epilepsie-Entstehung eine Blut-Hirn-Schranken-Störung haben. Wahrscheinlich sogar alle Formen von Epilepsie, die wir als vokale Epilepsien heute kennen, sind mit einer Blut-Hirn-Schranken-Störung verbunden. Auch die Alzheimer-Patienten übrigens. Und wie kann man sich das vorstellen, wie die gestört ist? Ja, also diese Barriere besteht aus verschiedenen Elementen. Und es gibt Proteine, die binden die Zellen ganz dicht zusammen, sodass Flüssigkeit da nicht durchkommt. Natürlich auch nicht die Inhaltsstoffe in den Flüssigkeiten im Blut, also keine Zellen, keine Proteine. Und bei einer offenen Blut-Hirn-Schranke kann eben unter Umständen sogar Zellen ins Gehirn hineinkommen, die dann normalerweise nicht vorhanden sind. Und das, vermuten Sie, ist dann der Auslöser von Epilepsie? Das könnte einer der Gründe sein, warum manche Menschen leichter eine Epilepsie bekommen, weil sie eben eine längere Blut-Hirn-Schranken-Störung haben. Sie forschen ja schon sehr lange an Epilepsie, wenn Sie mal so den Stand von damals vergleichen zu heute. Können Sie mir mal beschreiben, wie sich das Wissen um diese Krankheit entwickelt hat und auch, dass Sie glauben, wie sich das noch entwickeln wird? Naja, also was man sicherlich heute weiß, das hätte man auch schon länger wissen können, dass eine Epilepsie keine Geisteskrankheit ist. Dass das auch nichts damit zu tun hat, dass der Teufel in einen Menschen gefallen ist, was immer noch der Grund ist bei der katholischen Kirche, dass Epilepsie-Patienten zum Beispiel nicht geweiht werden können. Also es ist eine normale Hirnerkrankung, es ist nicht eine einheitliche Erkrankung, sie hat unterschiedliche Ursachen und sie ist behandelbar. Und das, was wir bei den Epilepsien lernen, lässt sich auch häufig auf andere Erkrankungen übertragen. Zum Beispiel viele Medikamente, die ursprünglich für die Behandlung von Epilepsie-Patienten gefunden worden sind, werden heute nun in der Behandlung auch von depressiven Patienten oder von Menschen mit chronischen Schmerzzuständen und sofort eingesetzt. Das heißt, die Epilepsie-Forschung war immer ein Zugang zu Funktionen des Gehirns. Jemand hat das mal als Fenster ins Gehirn beschrieben. Und das heißt, die Epilepsie-Forschung hat einerseits zum Verständnis der Krankheit beigetragen, aber auch zum Verständnis, wie unser Gehirn funktioniert. Als 1870 beschrieben worden ist von einem Herrn Jackson in England, dass es eben Anfälle gibt, die immer in der Hand und dann im Arm und sofort sich ausbreiten, hat er richtig vorausgesagt, dass es einen motorischen Kortex gibt, der dann auch ziemlich zeitgleich hier in Berlin von Amtsvorgängern vor mir gefunden worden ist. Also das ist etwas über 130 Jahre her. Dann hat man gelernt, das Gehirn zu operieren. Man hat gelernt, dass man nicht überall operieren kann. Also es gibt da schon sehr große Fortschritte. Und vieles von dem, was damals in der Epilepsie-Forschung herausgekommen ist, ist heute Praxis in der Neurochirurgie oder in der Neurologie oder auch in der Psychiatrie. Haben Sie denn die Hoffnung, dass es in näherer Zukunft neue Medikamente geben wird? Na ja, vor 150 Jahren gab es noch keine Behandlung für Epilepsie. Dann kam das Brum, mit dem man viele Menschen behandeln konnte. Heute gibt es eben um die 30 Medikamente, mit denen man Epilepsie-Patienten behandeln kann. Die Nebenwirkungen sind viel weniger geworden, die diese Medikamente haben. Es gibt immer noch einen großen Teil von Menschen mit Epilepsien, die nicht anfallsfrei werden. Und denen möchte man natürlich wieder zum Autofahren verhelfen, zu einer normalen Berufspraxis, zu einer normalen Entwicklung, wenn sie häufiger Anfälle haben als Kinder, weil dann die Hirnentwicklung immer auch häufig gestört ist, entweder durch die Medikamente oder durch die Anfälle oder durch beides oder trotz der Medikamente. Das sind alles Dinge, die man versucht natürlich weiter zu bearbeiten. Und ich bin auch guter Hoffnung, dass wir da weiter Fortschritte machen. Aber Forschung in diesem Bereich ist nicht etwas, wo man sagen kann, also geben Sie mir eine Milliarde und in einem Jahr habe ich das gelöst. So einfach geht es leider nicht. Besonders? Man muss eben viele Leute mit guten Ideen zusammenbringen, jeden erlauben, das zu verfolgen, was er für sinnvoll hält. Und das, was vielversprechend ist, dann eben entsprechend unterstützen, ohne aus den Augen zu verlieren, dass manchmal Leute, die etwas ganz Absonderliches machen, was keiner mehr für richtig hält, dann trotzdem zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Nehmen Sie die Tiefenhirnstimulation, die auch in Deutschland in den 60er, 70er Jahren stark genutzt worden ist für Forschungsmöglichkeiten, auch zur Behandlung von Parkinson-Erkrankungen. Und dann ist das völlig aufgegeben worden. Man hat dann also in die Stammzellen investiert, viele, viele Millionen, viele, viele hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden von Euro. Und eine kleine gallische Truppe irgendwo in Grenoble, die hat weiter gesucht, ob man nicht mit Stimulationen was erreichen kann. Und haben fast ohne Geld dann eine Form von Stimulation entwickelt, die tatsächlich Zehntausenden von Parkinson-Patienten hilft. Also nicht immer ist da, wo das viele Geld hinfließt, auch der Erfolg zu suchen. Oder wie das Beispiel mit dem Alzheimer, was Sie ja gesagt haben, wo dann auch in der falschen Richtung gefördert wurde. Ja, vielleicht war es eine Fehlentscheidung, weiß ich nicht. Das würde ich nicht unterstellen. Ich meine gar nicht Fehlentscheidung, sondern es gibt halt diese Moden in Wissenschaften, oder? Und wenn das nicht zu der Mode gehört, zu sagen, dass Alzheimer möglicherweise mit Epilepsie zusammenhängt, dann passt das eben nicht ins Weltbild und dann wird es nicht gefördert. Das ist sicherlich richtig. Das heißt, es gibt viele Leute, wir Forscher sind eben auch alles nur Menschen. Wir glauben an das, was wir immer schon gemacht haben und halten das, was wir uns ausgedacht haben, für das Richtige. Und was wir nicht verstehen, ist sowieso unwichtig. Es gibt natürlich auch unter uns Forschern viele Fehler, die gemacht werden, einfach aus Ignoranz oder Arroganz. Wir müssen ja die Gesellschaft immer überzeugen davon, dass das, was wir machen, auch wichtig ist und langfristig den Patienten auch helfen wird. Und das heißt, da müssen wir schon auch mit einfachen Worten erklären, warum wir glauben, dass das, was wir machen, vielleicht wirklich eine Chance hat. Und da entsteht dann eben auch, wer das gut kann, der wird dann eben leichter zu Geld kommen, als der das nicht so gut kann. Eine Sache, die mich persönlich interessiert, ist, diese Forschung ist natürlich eine Forschung, die nicht Mainstream ist, weil in Deutschland eben Epilepsieforschung immer noch belastet ist von dem schlechten Gewissen, einerseits der Katholiken, aber andererseits auch aus der NSDAP-Zeit. Was mich eben besonders gefreut hat, ist, dass, obwohl wir diese Forschung eben so lange jetzt schon gemacht haben, so viele Leute bei mir im Labor sich unter anderem mit Epilepsieforschung so qualifizieren konnten, dass sie eben nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb von Deutschland in Leitungsfunktionen in der Wissenschaft entfalten. In Deutschland sind das immerhin acht Lehrstühle der Neurophysiologie, die von Schülern von mir besetzt sind. Das heißt also, egal was man nun in dieser Forschung macht, wenn man was Originelles macht, dann ist das auch eine Krankheit wie der Epilepsie ein gutes Sprungbett, um spannende und interessante wissenschaftliche Karrieren zu machen. Ein interessanter Gedanke am Schluss. Vielen Dank, Herr Heinemann, für das spannende Gespräch. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.